Ein royaler Experte teilte kürzlich eine eher pessimistische Vorhersage über die Zukunft von Prinz Harry und Meghan Markle und zog interessante Parallelen zwischen ihrem eigenen Weg und dem von Edward VIII und Wallace Simpson. Richard K., der kürzlich seine Gedanken auf Palace Confidential äußerte, meinte, dass diese Vergleiche für den Herzog und die Herzogin von Sussex nichts Gutes verheißen. Er verwies auf das unglückliche Schicksal von Edward VIII, der wegen seiner Liebe zu Wallace Simpson auf den Thron verzichtete, was letztlich dazu führte, dass das Paar ein Leben im Exil führte. Die Ähnlichkeiten zwischen Meghan und Wallace sowie zwischen Harry und Edward sind in der Tat bemerkenswert. In beiden Fällen heiratete ein Mitglied der königlichen Familie einer Amerikanerin, beschloss, sich von seinen königlichen Pflichten zu lösen, zog in ein anderes Land und ließ seine königlichen Verpflichtungen hinter sich. Obwohl Edward VIII den Titel eines Königs trug und Harry nicht, sind die Themen Liebe und Aufopferung in ihren Geschichten offensichtlich. Bei der Betrachtung dieser historischen Parallelen betonte Richard K., wie demütigend das Studium der königlichen Geschichte ist. Trotz der Bemühungen der königlichen Familie, zugänglich und verständlich zu erscheinen, können ihre Traditionen und Bräuche ungewollt ein Gefühl der Außergewöhnlichkeit verstärken. Dieser Vergleich dient als Erinnerung an die Komplexität des königlichen Lebens und die einzigartigen Herausforderungen, denen sich diejenigen gegenüber sehen, die sich in dem verworrenen Netz von Pflichten und Erwartungen zurechtfinden müssen.